In Bitrex24 sind neue Design-Einstellungen für die ganze Website verfügbar. Öffnen Sie die Aktionen der gewünschten Website und wählen Sie Design-Einstellungen aus. Im rechten Teil des Bildschirmes befindet sich ein Block mit einer Schaltfläche, mit einem Mustertext und einer Überschrift. So können Sie gleich sehen, wie diese Elemente nach Ihren Einstellungen auf der Website aussehen werden. Welche Einstellungen sind verfügbar? Das Farbthema ändert die Farbe der Schaltflächen und einige Elemente in Blöken. Für den Text kann man die Farbe, Schriftart, Größe und das Schriftgewicht sowie den Zeilenabstand einstellen. Für die Überschriften können Sie die Schriftfarbe und das Schriftgewicht eingeben. Außerdem können Sie einen benutzerdefinierten Hintergrund einstellen. Geben Sie die Hintergrundfarbe an oder laden Sie ein Bild hoch. Zeilenabstand Zeilenabstand Untertitelung des ZDF, 2020